Rainer Brandt. Ein neues Werk von Rainer Brandt. Rainer Brandt. Rainer Brandt. Rainer Brandt hat wieder mal zugeschlagen. Rainer Brandt. Mit seiner Spezialkamera. Zwergfellerschütternden Trainerbankstudien. Rainer Brandt. Rainer Brandt. Rainer Brandt. Kamera fertig, Toner. Ja, ich weiß nicht, was an der Kasse in den Verkauf kommt, aber es sind noch gar viel genug Vorräte. Doch, bis halb zwölf haben wir noch gar viel Vorräte. Gibt es im Moment bestimmte Spieler, deretwegen Sie besonders gerne hingehen? Na, nicht nur der Spieler, wegen auch der Trainer, möchte ich das gerne sehen, die Einstellung der Trainer zum Spiel. In Verbindung mit dem Namen Weisweiler, mit der Erfahrung von Weisweiler, die Fans versprechen Sie etwas für dieses Jahr. Was versprechen Sie sich? Nö, dass ich mir eine warme Bockwurst einpfeife und vielleicht danach noch ein verträumtes Terinchenbier. Glauben Sie, dass Weisweiler das Stadion vollkriegt? Ja. Das hat sich schon bei dem ersten Spiel gegen Kaiserslautern gezeigt, was ja verhältnismäßig auch gut besucht bleibt. Wenn ich mich nicht irre, waren es sieben oder acht Zuschauer. Sieben oder acht Zuschauer, das gehört der Vergangenheit an, Don Pepe. Heute sind es garantiert mehr. Ja, das ist richtig, aber das führe ich darauf zurück, dass ich heute hier gefilmt werde. Was halten Sie von Ballpropaganda? Wer wird morgen die Wahl gewinnen? Ich finde, das hat sich heute schon eindeutig entschieden. Wie das Volk wirklich liebt, das hören Sie doch. Wie schön braun der ist! Endlich haben wir wieder eine Führernatur. Und der Hannes ist wieder da! Jumai, das schaut ja aus wie der Franco. So was stolzes Spanisches hat er im Gesicht. Hannes, ole! Der Mann ist echt gerührt. Nun ist es aber gut, ja? Schluss jetzt! Nee, der Hannes, ganz der Alte! Ruhe jetzt! Ich werde doch gefilmt heute, Leute! Also, heute geklappe! Auch kein Husten! Wenn Sie sich schnäuzen müssen, nehmen Sie ein Taschentuch. Das wird nämlich hier eine Tonfilm. Kamera fertig, Ton ab! Ton läuft! Johnny Weissmüller, die Erste. Sag mal, hast du das eben gehört? Der hält mich wieder, Johnny Weissmüller. Wer ist denn das Weissmüller? Na, der olle Tatzahn! Wer ist bloß in Spanien geblieben, weil man sich hier alles bieten lassen muss und einen Driss. Ton ab! Johnny Weissmüller, die Zweite. Ich hab das erste Mal gedacht, ich hab mich verhört, aber der sagt tatsächlich Weissmüller. Der kennt dich nicht. Schmeiß doch raus, diesen Blödmann! Der heißt Weissweiler! Danke, Weichmeier, die Zweite. Das halte ich doch im Kopf nicht aus, Weichmeier! Der Filmfritze scheint den ich zu kennen. Oh, da hinten! Wenn hier einer spricht, der mir nicht hat. Ich heiße Weissmüller! Danke, Tonisaller, die Vierte. Jetzt springen aber wirklich die Fäder aus dem Hut. Ich lass mich doch hier nicht verarschen. Der heißt Weissmüller, du Idiot! Weissmüller! Verstanden. Weichgeiger, die Fünfte. Wie, das war doch nicht der Fünfte. Fang doch mal mit Eins an. Gut, nicht die Fünfte. Heißgeiler, die Erste. So, ein bisschen Fußball müssen wir ja auch mal spielen, ne? Eui, eui. Chef, Tor ist kaputt! Netz gerissen! Mach doch nicht so den Scheiß, Mann! Ja, ist tatsächlich in Dutten. Man, dem Kräuf könnte ich in die Schnauze hauen. Da könnte ich jetzt so schön in der Sonne liegen. Darf der denn da über den Rasen latschen? Natürlich, dem gehört doch der Rasen. Er hat im Ausland genug verdient. Und das Pulver hat einen Rasen angelegt. Das ist doch der Max Schmeling!